Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Forager. So, wir geben abkochen. Wir haben ganz viel gekocht. Fleischspießchen haben wir irgendwo hier. Wir haben Speiseeis gemacht. Super, wir geben Kekschen ab. Jetzt geben wir noch die Pizza und Sandwich. Wo ist mein Sandwich? Super. Achso und 5 Brot. Okay. Ja, Belohnung. Ein Zylinder. Münzen sind... Da habe ich ja gleich Lust mehr abzugeben. Okay, ein Zylinder. Sehr cool. Sehr cool. Okay, wir wollten eine Bohrstation machen und wir wollten das Land nehmen einen Friedhof kaufen, damit wir mehr Nachtschatten kriegen. Ja, du bist der Falsche. So, ja, du bist auch der Falsche. So, und er hier noch. Gut. So, Zitrone ist auch in Ordnung. So, was kostet denn Industrie, Küstenbohrer, Ziegel. Also werden wir uns Ziegel machen. Super. So, und da hätte ich vor, dass wir uns... Kohlenhausen. So, was haben wir da? Sushi. Wir bleiben... Ja, okay. Wir bleiben bei einem Sushi. So. Ah, ist das cool. Ist das cool. So. Während der Ziegel brennt, wenn wir hier mal kurz wieder mit der Axt im Wald, also mit der Axt am Friedhof... So, die Skleiter. Ja, sie kommen, sie kommen, sie verfolgen mich. Ja, aber sie werden mich nicht kriegen. Niemand wird mich kriegen. So, ich bin erschöpft. Das ist okay. Ich werde dieses super essen. Oh, Schleim auch noch hier. So. Und zwar, was kostet nämlich die Nachbarinsel von dieser Friedhofsinsel hier. Das würde ich jetzt echt gern wissen. 1900. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine Friedhofsinsel ist und die größte Zeit. Ja. Aber wie komme ich darüber? Okay. So, ich brauche, wie ich darüber komme, zuerst mal eine Brücke. So, die würde ich sagen, so, 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 so. So. Ja, mehr haben wir noch. Ja, gut. So, die Zitrone da dazu. So, das ist ja. Mhm. Und wie komme ich da? Au. Aha. 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 Ah, siehst du. Hihi. Okay. Aha. Okay. Mit Strom ließ es sich lösen. Okay. So, öffnen. Was ist das? Oh, Zeichen der Bewährung. Erhöhe deine Werte. Sehr fein. Sehr fein. Was ist das? Zeichen der Bewährung. Erhöhe deine Werte. Sehr fein. Oh, was ist das? Oh, Zeichen der Bewährung. Sehr schön. Das können wir dann auch mal machen. Ja. Ja, Zeichen der Bewährung. So, ich hätte gerne hier eine Mine hergestellt. So, ich hätte gerne hier. So, wir farmen. Steinbruch. Ja, und ich stehe natürlich im Weg. So, bauen, wirtschaft. Nein, farmen. Eine Mine. Und zwar hier. So, stirb. Wow, cool, 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 cool. Und daneben hätte ich gerne... Oh, ich habe noch genug Ressourcen. So, hier hätte ich gerne einen. So, hier. So, und jetzt machen wir mal kurz Platz. So, beim Kristall und so. Und stellen einen zweiten hier her. So, nein, Industrie, nehme ich der Pepper. Nein, Ziegel. Ah, okay, ich brauche Ziegel. Ja, der hat da Gold im Weg. So, super. So, ich brauche Ziegel. Ich brauche Ziegel. Mach mit, Ziegel. So, da ist gefangen. So, Eisen, weg mit Eisen. Eisen, wenn wir schon dabei sind. Weg mit Eisen. Oh, da ist auch gefangen. Gefangen, gefangen, gefangen. So, okay, gefangen. So, Kohle. Ja, gut. So, dann wären wir da oben. Vielleicht machen wir das wirklich auf... Ja, wobei, es bringt ja nichts. Wenn ich Baumsamen... Okay, vielleicht... Ich werde noch einen Versuch mit Baumsamen machen. So, aber später. So, und zwar ein Bergbauleser. Industriebergbau. Okay. Oh, Nachtschatten. Das brauche ich ja. So. Immerhin habe ich einen Klumzylinder. So. Super. So, schauen wir mal, wir essen die letzte Suppe. So. Gekochter Fisch. Nein, da brauche ich Cola dafür. Das kaufe ich lieber. So. Moment, wenn ich da unten nicht hinsehe. So, dann holen wir uns da mal Ressourcen, während wir ohnehin auf den Ziegel warten. 31, waren das 31? Ich glaube, es waren 31. Oh ja, der Druide. Lieber Druide, ich bin der Typ mit der Spitzhacke. Oh ja. So. So. So, ja. So, dann noch hier. Und hier. So, haben wir genug Ziegel? Ich hoffe. So. Also. Wir wollen Industrie-Bergbauleser. Nimm hier. Oder so rauf. Oder so runter. Einen Bergbauleser. So, was kostet normal auch Ziegel? Okay. So, ich bin ja schon. Ja, du kriegst. Nein, super. Du kriegst mit einem Fleischspieß. So. Kürbis. Dann haben wir hier noch Eisen ein wenig. So. Aber ob jetzt hier auf dieser Insel, nachdem ich hier so eine Mine hergestellt habe, ob da jetzt Nachtschatten... Ja, wird wachsen, weil da ist gerade ein Baum gewachsen. Das ist auch gut. So. Super. So. Ist ja schön. So, dann sammeln wir da wieder das Geld ein. Geld, Geld, Geld. Ja. So, Bäume. Wichtig. So. Dann haben wir hier... Achso, dich haben wir schon abgeerntet. Was mit dir hast du noch? Du hast keine Eier mehr. So. Super. So. Ja. Du musst dir leider dein Fehl geben. Das war. Ja. Also. Ja, 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 ja. So, Ziegel 20. Kann ich jetzt schon den Küstenbohrer, 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 Küstenbohrer? Ja, ich kann ihn schon bauen. Sehr gut. So, gefangen, gefangen, gefangen. Gefangen, gefangen, gefangen. So. So, da werden wir aber das noch machen, weil wegen, wir brauchen Ressourcen. Im Fall wegen, wir brauchen. So, ja. Ja. Meine Energie ist übrig. Okay. So, was können wir da? Ein Sandwich. Die Reste. Die Reste verzehren. So, ja, das ist gut. So, und zwar der Küstenbohrer. Ich will jetzt endlich den Küstenbohrer. Hm, Küstenbohrer. Oh, okay, okay, okay. Ein Riesending. Also, Küstenbohrer. Was ist, wenn ich den da in die wunderschöne Umwelt einpflanze? So, Farmen. Brücke. Ah. So. Okay, hier noch. Und hier noch. So, und hier. Industrie. Küstenbohrer. Nö. Okay, schauen wir mal. Wenn wir den hier herstellen. Industrie. Küstenbohrer. Ah, das ist nicht groß genug hier. So, haben wir irgendwo einen, ja. Haben wir irgendwo einen großen, großen Watzen Wasser. So, beim alten Mann, ja. So, Industrie. Da wird es nicht hier... Moment, blockiere ich mir aber dein Land? Ja, blockiere ich mir. Okay. Okay, dann werde ich das aber woanders hinbauen. Oh, ja. Da ist er. So. Also, wenn ich nämlich... So, zum Beispiel da drüben. Also, hier. Oh, da kann ich mir nicht entgehen lassen. So viel Leder, das brauche ich alles. Also. Oh, das brauche ich jetzt direkt Skelette? Cool. Tatsächlich. Sehr cool. Okay. So, Küstenbohrer. Also, wenn ich den Küstenbohrer... Industrie. Küstenbohrer. Wenn ich den einfach hier herstelle. Sagen wir mal. Was tut er? Flaschenöl. Okay. Okay, ich brauche Flasche. Ich hätte nicht zwei bauen sollen. Kann ich das abbauen? Kriege ich Ressourcen, wenn ich sowas abbau? Ja. Ich kriege Ressourcen, wenn ich sowas abbau. Dann hier. Okay, ich brauche Flaschen. Also. Flaschen. Oh. Hier. So. Glas. Ja. Da haben wir das noch. Ja. Stirb. So. Mein Lieferant. Danke. Flaschen. Das heißt... Wir machen mal vier Flaschen. Ja. Das machen wir einfach mal. So. Dann hätte ich gesagt... Eine Kugel. Die gehört immer noch dazu. So. Kürbis. Ja. Ja, ist gut. So. Vielleicht kann ich irgendwann noch mal aus Knochen was machen. So. Ja, ja. Und da ist noch ein Baum. Ja. So. Brauche ich ein Essen. Okay. War das gut, dass ich das hier hergepflanzt habe? Ich kann es nicht sagen. So. Herstellen. Okay. Ich habe ein Items aufgefüllt. Was ist denn das? Eine EMP-Kranate. Oh. Wollte ich schon immer haben. So. Wir essen das mal. Und da haben wir einen Platz. Da lege ich die Barren rein. Da haben wir einen Platz. Da lege ich das rein. Und das rein. So. So. Da werden Fläschchen gemacht. Äh. Kohle. 62 Kohle kann nicht schaden. So. So. Da hätte ich es rein brauchen. Da würde ich es rein brauchen. Ich würde es drüben abbauen. So. So. Da würde ich es abbauen. So. Ist er fertig? Nein. Nicht ganz. Nicht ganz. Auf die eine Flasche warte ich noch. So. Super. So. Da haben wir Kürbis. Holz können wir auch immer brauchen. Gefangen. Super. So. Ganz toll. So. Also. Flaschen. Wobei. Königsschafel. Plastik. Genau. Plastik. Da war alles jetzt mit Plastik. Super. Sieben Taschen. Toll. So. Da können wir auch gleich Eier holen. Und hier können wir wieder. Na. Ja. So. Ah. Ist das cool. Also. Wir werden. Ja. Doppel Items. Toll. So. Farben. Alles. Ja. Und da oben. Wir haben wieder Leder. So. Ja. Gekochter Fisch. Könnten wir herstellen. Wobei. Dazu bräuchte Kohle. So. Wir machen das hier. Doppel Items. So. Wir holen das Flaschenöl ab. Ja. Das ist gut. So. Flaschenöl abholen. Sehr gut. So. Und jetzt bauen wir das ab. Super. Super. Ja. Komm. Also. Und setzen das Ding hier. Da drücken. Nein. Oder drüben hin. Nämlich hier. Also. Zur Prinzessin. Die Prinzessin kriegt jetzt in ihrem Teich einen schönen, schönen Küstenbohrer. Wunderbar. So. Und die Prinzessin, damit sie sich nicht zu weit. So. Achso. Und ich habe kein Holz mehr. Gut. So. Ich soll etwas essen. Fleisch. Haben wir noch andere Sachen? Ja. Sushi haben wir natürlich. So. Dann haben wir da noch. Da noch. Da noch. Und da haben wir ein wenig Holz. So. Pfefferone. Super. Ach. Für 28. Ja. So. Hallo Prinzessin. Ich befreie wieder mal deine Insel vom Unrat. So. Insel befreit vom Unrat. Unrat. Ja. So. Da haben wir noch einmal drauf. Ah. Schön. 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 Insel vom Unrat befreit. So. Darum liegt noch etwas. Da ist noch Pfefferone. So. Die zwei noch. Und dann ist die Insel wieder schön. Sehr gut. So. Dann schau mal. Äh. Brücke. Hier. Und hier. Hier. Und hier. Super. So. Apropos. Weil ich gerade hier bin. Und du so eine schöne Insel hast. So. Und du ja die Prinzessin hier bist. So. Ich bin erschöpft. Ja. Okay. So. Was kann man noch essen? Ungekochtes Fleisch. Super. So. Toll. Schön. Jetzt machen wir deine wunderherrliche Insel. Naja. Gut. Bis heute. So. Da haben wir auch alles schon erledigt. Boah. Ich freue mich. Ich freue mich. So. Hier. Ah. Kohle. Kohle. Pfeffroni. Ja. Tolle Sachen. Drupas. Ja. Das Drupas 46. Wahnsinn. Ah. Ist das schön. So. Ach. Gleich können wir in die Plastikproduktion einsteigen. Wir schauen mal. Und zwar. Ja gut. Das kommt eh von allein dann. Aber das muss ich schon noch holen. Ja. So. Gefangen. Alles gefangen. Alles gut. Gut. Da ist mein Lederlieferant. Hallo. Hallo Lederlieferant. So. Also. Würde ich sagen. Hier. Glas. Ja. Elf. Und hier. Glas. Ja. Sechs. Und hier. Hätte ich gesagt. Flaschen. Alle. Ja. So. So. Und dann. Machen wir da mal. So. Da war er. So. Super. Er kommt da auch noch. Oh. Da freue ich mich. So. Ist das schön. Ah. Endlich. Wir können Plastik machen. So. Fabrik. Plastik. Eines. Okay. Gut. Das machen wir aber nächste Runde. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.